So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dickei, die neue Folge Ramses Kitchen und ich bin klipperklar, das ganze Wochenende, die ganze Woche über, die Woche über läuft schon Umzug, das Wochenende Umzug, ich bin mittendrin mit der Sackkarre, Treppe rauf, Treppe runter, drei Kartons aufeinander, alles ummodeln, warten bis Thomas kommt, bis Silvio kommt, ganzen Rest machen, hin und her, alles, also es ist auf jeden Fall sehr schlau, dann regnet es immer zu, du bist draußen, es regnet auf dich drauf, du mit deinem Oettinger Pullover bist klitschnass von außen und von innen natürlich auch, weil du ja so dick bist und schwitzt und überhaupt, jetzt hast du deine ganzen Klamotten weg, jetzt musst du die nächsten Tage erstmal immer in denselben Klamotten schwimmen, was passt da besser als ein kleiner Prime Chuck für zwischendurch, Pupsi ist gerade unter der Dusche, das Muttertier, Marie, Jonas, die sind im Zimmer, die spielen und ich habe jetzt droscht, nachdem ich ja die zwei FC Varianten von FC, Bayern München und FC Arsenal, ist da überhaupt FC davor, ich weiß es nicht, nachdem ich also die Arsenal Flasche im Netto gesehen habe, habe ich mich gewundert, denn daneben stand auf einmal diese Flasche Prime und die hat mich so angegrinst, denn ich liebe ja gelb, ich fand die Lemonade von Prime ja schon richtig cool in der gelben Flasche, aber die setzt nochmal einen drauf, guckt euch das doch an, die hat einen pinken Deckel, eine pinge Prime Schrift und hier oben ist sogar eine goldene Unterschrift, da ist drauf unterschrieben, ich weiß nicht mal was das genau ist, wenn man es versucht zu lesen, heißt das Erling Haaland, hier steht es nochmal drauf dann, Erling Haaland und Prime, X Prime, wieder eine Kooperation, ich weiß nicht, was das ist, wer das ist, wenn ihr den kennt, schreibt es mal rein, Prime Hydration, neue Sorte wieder, Strawberry Lemonade, also mit Zitronengeschmack und Erdbeergeschmack steht hinten drauf, Erdbeer finde ich ja gut, Zitrone finde ich meistens nicht so gut, ich habe sogar letztens, weil der Umzug so hart ist, schon eine getrunken, möchte die jetzt aber für das Video mal aufmachen, mal testen, mal in ein Glas einfüllen, jetzt wo ich wirklich komplett dehydriert bin, nochmal schauen, wie die schmeckt. Die Goldberry Fußball Edition fand ich ja sehr fruchtig, sehr beerig, die haben mich überrascht, das fand ich die besten Sotten bisher von Prime, weil alles andere immer so, naja, nicht so mir getaugt hat. Hier bei Strawberry Lemonade, muss ich sagen, ich merke eigentlich recht wenig Erdbeer, also Erdbeer, weiß ich nicht. Wo ist die Erdbeere? Zitronengeschmack, merke ich auf jeden Fall, steht ja auch wieder da mit Kalium, Magnesium, Süßungsmitteln, Vitamin und es erinnert mich auch wieder leicht an diese Magnesium-Tabletten mit Zitronengeschmack, gab es ja auch manche Sachen hier, Calcium oder so mit Orangengeschmack und so weiter, oder Multivitamin, wie so Brausetabletten zum Auflösen dieser künstliche Vitamin-Nahrungsergänzungszusatz, den du dir so zu dir genommen hast. Also, es ist okay, weil es ist ohne Kohlensäure, es ist erfrischend, es ist gerade richtig kalt, aber es ist auf jeden Fall wieder mal nicht meine Lieblingssorte. Man kann es jetzt trinken, weil ich gerade wirklich mega dorscht habe, ne, und weil es schön gekühlt ist, weil es keine Kohlensäure hat, brennt dir nicht der ganze Hals weg, aber mir schmeckt es irgendwie zu künstlich, ich weiß nicht, mir hat das Goldberry auf jeden Fall geschmeckt. Hier finde ich die Flasche richtig cool, wunderbar, top Flasche, top Design, kommt auf jeden Fall in die Sammlung, aber schmeckt mir irgendwie zu zitronig, wie eine Magnesium-Brausetablette, also würde ich jetzt nicht nochmal kaufen, dann eher die Goldberries und das ziehe ich mir jetzt rein, würde ich sagen, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Auch ohne Kohlensäure schafft man es immer wieder, wenn man guckt wie ein Beklopter und alles rauspresst. Ich sehe, das Glas ist beschlagen, das war richtig fritsch cold, würde Badlands Chucks sagen. Grüße gehen raus, Peace out, Vorhaut, wenn ihr die Sorte kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr Prime-Fans seien, es gibt es so gut wie keine, glaube ich, dann schreibt es mir in die Kommentare und ciao.